Das ist Markus. Markus ist Eventmanager und möchte eine Videowand für zukünftige Veranstaltungen kaufen. Da er sich mit Veranstaltungstechnik auskennt, möchte er möglichst vieles selbst machen und so Geld sparen. Im Internet hat er den Videowallshop gefunden und ist vom breiten Angebot über LED-Panels, Bildschirm und Zubehör beeindruckt. Schon nach kurzer Suche findet er einige Panels und auch zwei Komplettwände, die seinen Vorstellungen entsprechen, er weiß jedoch nicht ganz genau, was er noch benötigt und worauf er achten muss. Also ruft er im Videowallshop an und lässt sich beraten. Die freundliche Mitarbeiterin erstellt ihm eine komplette Liste aller Komponenten, die er für seine Wand benötigt. Darüber hinaus empfiehlt ihm die Beraterin auch eine universell einsetzbare Konstruktion aus Aluminiumprofilen, welche Markus jederzeit vor Ort mit wenigen Handgriffen selbst montieren kann. Markus staunt, dass diese Konstruktion sogar um einige schlanker und günstiger ist als die Traversen, die er sonst aus dem Bereich der Bühnentechnik kennt. Schon nach wenigen Minuten hat er alle Komponenten für seine neue Videowallshop zusammen und hat sich diese auch schon detailliert im Videowallshop angeschaut. Er hat sich für eine 10 Quadratmeter große, hochauflösende Wand mit 4 Millimeter Punktabstand entschieden. Diese besteht aus 20 einzelnen Panels mit jeweils 50 mal 100 Zentimeter Größe. Durch die großen Elemente hat er weniger Verkabelung und spart viel Zeit bei der Montage. Die gesamte Lösung einschließlich der maßgeschneiderten Tragekonstruktion passt so gut in sein Budget, dass er sich kurzerhand entschließt, auch noch einen Helligkeitssensor und ein Farbmessgerät, ein sogenanntes Spektrophotometer, anzuschaffen. Durch den Sensor kann er die Videowallshop so konfigurieren, dass sie sich automatisch der Umgebungshelligkeit anpasst. Mit dem Farbmessgerät kann er bei Bedarf einzelne Panels nachkalibrieren. Die Mitarbeiterin des Videowallshops hat Markus erklärt, dass die Kalibrierung sinnvoll ist, wenn er die Wand oft in Teilen vermietet oder er später einzelne Panels nachbestellt, um mehr Fläche zu haben. Nachdem soweit alles festgelegt wurde, schlägt sie Markus vor, doch einmal persönlich vorbeizuschauen und die Technik vor dem Kauf zu begutachten. Markus findet die Idee super und vereinbart einen Termin im Demozentrum des Videowallshops. Hier möchte er seine zukünftige LED-Wand anschauen und ein paar Tests mit seinen persönlichen Daten durchführen, um ganz sicher zu gehen, dass alles klappt. Da speziell die Wände im Rental-Bereich oft bewegt werden und manchmal auch Gefahren ausgesetzt sind, freut es Markus sehr zu hören, dass man hier sogar einzelne LEDs austauschen kann, falls doch mal etwas kaputt gehen sollte. Wenn Markus ehrlich ist, hatte er soweit noch gar nicht gedacht. Markus ist vollends zufrieden mit der Beratung und dem Service des Videowallshops und hundertprozentig sicher, dass seine nächsten Veranstaltungen durch die Videowand zu einem absoluten Highlight werden. Falls wir auch dein Interesse wecken konnten, besuch uns doch einfach mal im Videowallshop. Wir würden uns freuen. Bis dahin verabschieden wir uns mit bildgewaltigen Grüßen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.